Einen wunderschönen guten Morgen. Es gibt so ein paar Apps, die sind sehr gut, aber die fliegen unter dem Radar. Aus welchen Gründen auch immer. Ich schreibe mir solche Kandidaten gewöhnlich in eine Aufgabenliste, die ich dann von Zeit zu Zeit durchgehe, einfach um zu sehen, wohin sich diese Software entwickelt und ob ich sie nicht mal ins Block zerren sollte. Heute mache ich das mal, und zwar gebündelt für sieben Apps.